Hi Leute, das ist Sano hier. Ich habe ein geiles Video für euch. Mein erster Run auf Gnadenlos in Warhammer 40k Space Marine 2 im ballistischen Triebwerk. Und das Ganze ist, ihr kennt ja alle, die ihr spielt, ihr levelt eure Klassen hoch. Bei mir war die erste Klasse, die ich jetzt voll hatte, der Taktiker. Bild dazu kommt auch noch und das macht richtig Bock. Und auf jeden Fall, du levelst deine Klasse, levelst dann deine Waffen, muss dann entsprechend dem Schwierigkeitsgrad, ich meine, wisst ihr eh, ihr müsst dann die entsprechenden Schwierigkeitsgrade machen, um an die Rüstkammerdaten zu kommen, an die nächst höheren. Ich habe mein Waffenarsenal alles auf episch gehabt schon. Die Waffen waren nicht komplett ausgelevelt, dafür hat mir noch ein bisschen XP gefehlt. Aber ich habe mir gedacht, komm, könnte sie ja schon so die eine oder andere Waffe auf Reliquie bringen, also auf Stufe 4, gnadenlos. Hatte ich aber vorher noch nicht probiert, eine Runde. Und dann dachte ich, komm, gehst du einfach mal rein. Und das war ein absolut geiler Run. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin mit Randoms rein, waren zwei Stück, die sind schon ein bisschen in der Mission gewesen. Ich glaube, vielleicht 5 oder 10 Minuten. Und ich kam rein und alles, was danach passiert ist, lasse ich euch komplett uncut und gefiltert. Lasse ich euch hier da. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem mega geilen Run. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Untertitelung. BR 2018 Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Was ist das? 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 ? Was ist das? 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 I will not yield to these wounds. Updating mission log to reflect continuous atmospheric irritation. The storm has dissipated. The storm has dissipated. The storm has dissipated. 2-3-5-3-0. 3-3-0. 1-3-0-3-0. Oh, thanks, crime. Finally through that damn grate. Check that slide. There's another bloody sand swarming gun. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 3 die 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 ist Es wird viel schlimmer. Das Weg, brothers. Wir sind endlich durch das verdammt Gewicht. Die Feuer sind auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Obstruction detect Removal is required to commence Inspection The Pressure To 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 Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Remain calm. Hook available. Dispensing stick. Filler. Resuming match. Rapper launch. Rapper launch. Seeking operator. Reloading. Resuming match. Let us murder it. What needs traveling? Into the floor of the deck. Let's go. Let's go. Magazine out. Magazine in. Back into the floor. Back into the floor. Back into the floor. At the floor. Back into the floor. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mark this position Location marked Silence that vermin's call for more of its fouls, Gregg Exterminated Time to teach them fear The Emperor guides us Ordnance in place, Lieutenant Give us the word Good Oil Oil Ich habe mehrere Schwangers in Ihrer Position. Sie haben ihre Aufmerksamkeit. Sie schreit mit ihnen swiftly. Wir werden nicht noch einen Schuss auf das. Ich habe eine Position. Ich habe eine Position. Ich habe eine Position. Ich habe eine Position. Es gibt einen Schuss in der Service, die in den Parallel-Tracken werden. Route changes may be made by a Dispatcher at the track's control tunnel. Route confirmed, train confirmed. Dissecretion completed. Schedule conflicts detected. The train is crawling for a Cugnant scene out of this. Fresh munitions. Dispatches. Attired to your stations. Dispatches. 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 I can't find food. Movements away. Picking up extra rounds. Picking up extra rounds. Picking up extra rounds. Picking up extra rounds. Fault in Charging System Detected, Engine Sam requested to perform Rites of Restoration. Link your armor to the Mechanicus device, you will need to keep close proximity to the Charging Station until the reset is completed. Perform the Rites of Restoration at the afflicted Charging Station's machine interface, and the circuits will be reset. If the problem exists, seek the Qualified Engines here for your maintenance. Disgusting tyranny, scum! Four Specs Deep Scan Ready! I am Harry, ready to beurteid. Verdeid. Verdeid. Detected. Harry. Dispatcher, the engine is charged and prepared for departure. You want me to wrap the void immediately? Yes, brother. Detonation in 5. Brace the shockwave. No Zeros bioscars. Mission successful, Talaza. Return to the battle march. No Zeros bioscars. Mission successful, Talaza. Return to the battle march. It is a third priority. With the battle march. That is the first priority to have the battle march. Immunism. You can clutch the battle march. You want the battle march. We're going to have a battle march. Was ist das? 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 Was ist das?